ja willkommen mein name ist daniro ip und ich begrüße euch zurück zu let's play tales of xilia und wir ballern uns erstmal ein rezept rein ein gericht warum sage ich immer rezept ich kenne den unterschied nicht zwischen gericht und rezept und kampf sind immer noch auf dem weg zu dieser einen stadt deren namen nicht aussprechen kann und gehe ich auch vergessen habe irgendwann mit in blauen was weiß ich auch was auf mich gezielt diese war es auf mich gezielt ich habe das war nicht auf mich gezielt das bei den gegräbt und schießen aus frust sie macht auch so komische zeitwerkschritte ist gut auch wieder hat ein level ab so vielleicht ist ja hier direkt die stadt dann konnte ich nicht hin oder mittlerer bereich hier geht es weiter habe ich das gefühl ja auf fremdem boden ich habe noch nie so weit in Aujul noch nie ich habe noch nie und Roshagal sehr wenig weiß über die regionen interioren Aujul naja wenn jemand eine Frage hat dann weg ich bin tatsächlich hier ein paar Mal denn du hast eine Frau in Aujul? ich bin für Arbeit, meinst du Arbeit aber sicher, vielleicht habe ich ein paar Mädchen im Laufe ein solcher und ein gentleman ja natürlich nicht hat sie was sollen diese tauben wir machen das ist überhaupt nicht verdächtig hey mila du hast du etwas an Ivor schon seitdem war es die Sache, die du aus dem Laboratoren hast? ja, es war die Spirex, die für die Lanz der Kresnecke diese kleine Sache? aber du musst es nicht mit dir? nein, in Wahrheit wäre es gefährlich, zu kommen von der Lanz der Kresnecke mit dem Spirex oh, du kennst du besser als ich es war ein Problem, aber das Channeling Circle, die die vier ich glaube, es wurde generiert durch die Spirex ich werde generieren eine Channeling Circle von gleichem Kraft in anderen Worten du brauchst die Spirex die vier Great Spirits ich werde die vier die Kraft für die Lanz der Kresnecke auch die reale Frage ist wenn ich die Lanz der Kresnecke von Ivor hey das bedeutet, dass du auch die Spirex auch für die Lanz der Kresnecke das nicht nur für die Lanz der Kresnecke? hm wie ist die einfachste Art der Kresnecke? das die Lanz der Kresnecke in Fenmont? das ist eine der die Lanz der Kresnecke aber eine Spirex nicht auf den Kastor überhaupt ein Kastor die Spirex kann das alles von einer kleinen Straße bis zu einem gigantischen wie die Lanz der Kresnecke die Spirex die Spirex die Spirex aber das ist wirklich handig das ist handig das ist handig und das ist genau warum es so gefährlich ist mit den Spirex jemand kann die Arten sehr stark für die vier und jemand kann diese Kraft um die andere zu tun wie sie die Lanz der Kresnecke irgendwie wir sollten gehen sie ist richtig über eine Sache Weapons wie die Lanz der Kresnecke müssen zuerst werden aber ist Spirex selbst wirklich so ein schlechtes Ding? ja ja Grundlagen der Golemkunde ok Sie kennen viel über Golems was war das was du gesagt über die Erdspirten? Golems are Artificial Constructs created by the Roshigol through Earth spirit channeling they can only work within particular spirit climes but they're very powerful impressive isn't she smart although she did just hear all that from Rowan so she's a conductor spirit through intuition alone so she hasn't made a proper study of the subject however once she learns something her ability to recall it is quite impressive is protected to the north and south by golems and the festival marsh it's an impregnable defense impregnable can you tell me what that means perhaps it's time we expand our lessons beyond just spirit arts hey was nicht was wollte ich jetzt sagen helise mein gott eine müdende hülle helden perhaps in the strength of the resolve i have no trouble believing that to be true how can you look so normal i have taken physical form by using the elements within a human body as the catalyst what has proven to be in the So, Mila ist Maxwell in einem menschlichen Körper. Nun, es ändert sich nicht, wer sie ist, oder? Lass uns das an. Es ist trotzdem ein bisschen schrecklich. Aber... Habt ihr nicht immer, Mila zu schrecklich sein, wenn sie etwas schrecklich ist? Ich glaube, das ist wahr. Sind sie Angst vor mir? Oder ist das ein Zeichen der Respekt? Nun, ich glaube, es wird es tun. Wenn man sich mal hier versteht, dass sie ja verarscht wird. Mein Gott, free Freunde! Ich weiß nicht, was ich zu sagen soll. Du sprachst nur über dich selbst. Also, dein Penmanship könnte ein bisschen arbeiten. Ich kann nicht glauben! Du hast mich auf und immer noch die Nerve zu schrecklich sein. Aber ich kann sie gar nicht beschweren. Du schreckst die Pen so hart, es schreit die Papier. Vielleicht werde ich nur dich. Deine kleine Buchstaben sind direkt aus einer kleine Frau. Was? Leute, die Leute nicht zu schreiben? Das ist sexistisch. Ich bin nicht sexistisch. Das ist genau so, wie es aussieht. Dann hast du meinen Punkt prove. Du bist sexistisch. Ich werde nie mehr raus, um zu schreiben, mit diesen Leuten herum. Schön. So, bis jetzt keines gibt's mehr, danke. Ich meine, 4,5 sind schon genug. Gemüsesticks. Warum bekomme ich immer so was hier für Postkämpfe? Das sieht verdächtig aus. Du hast ein Ausrufezeichen. Hallo, mein neuer bester Freund. Achtung. Was? Achtung. Für starke Gegner kommen jetzt erstmal starke Angriffe. Aua. Könnt ihr es wahren. Baaaa. Frisst das. Und zack. Dämonik. Chaos. Dauer. Das wollte ich eigentlich nicht einsetzen, aber egal. Falkensturm. Genau. Bei ihm habe ich ja die Angriffe so gelassen. bin ich idiot. Ha. Manchmal klappt es doch noch. Boah, wir bekommen aber immer noch viel Geld. Obwohl es da kann diesen Achtung Gegner. Ich sage nicht so ein Vergleich. So, warte mal hier alles. Fällt. Du hast noch mehr solche Achtung Gegner. Ja. Bitte. Oder nicht. Vielleicht haben die meisten hier ein Level ab. Mila hat auch noch ein Level ab. Sollte ich mal vielleicht von einem Kampf nehmen. Nein, da kommen wir nicht durch. Und was haben wir hier? Ist ruhig so Plüssigkeit. Äh, und da haben wir auch noch was. Mehr oder weniger umsonst hin gekommen. Aber egal. Willst du denn? Verdammt. Und zack. Ah, ich brauche unbedingt mehr Kampftechniken. Zack. Sturmkohäsion. Oh, komm her. Ja. Dann würde ich gerne mal wieder Speichern unterhalten, ob ich meine Aufnahmen sichern kann. Oder auch nicht. Ja. Und geil. Na gut. Seelenentzieher. Okay. Nö. Okay. Ich kann nicht weiterspielen. So. Oh Gott. so. Oh. Super. Überschussangriff. Sag. Impact Cross. Ja. Kann ich da auch. Sag. Pack Cross. Ja. Stimmt. Ich meine so eine Mystic Art Compilation gesehen. Mal extra vorteilhaft. Ach ja. Ja. Die ist mir ja mal auf Screen passiert. Aber dann habe ich direkt geladen, weil ich die euch zeigen wollte. So. So. Jetzt werde ich erst mal aufleveln. ein bisschen. Und zwar. Ja. Hat denn hier. Das könnte ja hier noch Geschicklichkeit. Ne. Vitalität. Ne. Nochmal Vitalität. Und FP und KP. Und. genauer. will aufsteigen nach Falk hören. Hä. Hä. Hä? 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 und du bekommst und ich würde sagen stärken auch ne ja das war das hier noch illusions angepasst ja gleich mal gucken was er überhaupt macht ja und sie hat noch hier irgendwo eine technik gehabt habe ich gesehen sondern anfangs schwall hier das ist ja anfangs wasser zauber und der palt ist vorbei deswegen verabschiede ich mich tschüss